SNITZEL TV Willkommen bei KING LAMA Anwesend fashioned und aber das nehmen wir mal an und dann die damals kurzerhand entschlossen ich weiß nicht was es ist ich habe keine ahnung also ich weiß schon was es ist aber man weiß ja nie wie viel verkehr das auto zieht ganz ordentlich ja mal schauen was war ja ich habe mir auch schon mal nette uniform hier besorgt der kommt spielen wir die mal an kollege erst mal ein statement ja 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 dann checken wir den erstmal da jetzt mal nicht ja also eigentlich müsste man den ja heraus bitten aber ja ja komm der kann mal fahren das freut mich zu sehen dann und ach die jene a little bit drunk Frau Kollegin so aber nicht ich bestelle jetzt erstmal einen tow truck und dann düßen wir der Frau hinterher jetzt geht das immer auch wenn ich auf c drücke das ist natürlich suboptimal ja ich wollte eigentlich einen taser ja ja ey ich kann durch schmauern gehen cool so und sie kommen wir mal mit wegen fahrerflucht also was heißt fahrerflucht flucht vor der polizei ja 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 stimmt steig ein ich weiß der eine scheibenbücher schaut da noch ich habe auch laut offizieller anweisung die 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 richtigen mod dafür installiert dass ich das machen kann also dass ich den runterfahren kann aber es funktioniert nicht und naja nach zwei stunden habe ich mir gesagt komm an dem scheibenbücher lässt du dir jetzt nicht deine laune versemmeln da will ich nicht und sondern nimm es trotzdem auf denn ja man sieht ihn ja von hinten kaum aber diese nette dame muss ich jetzt erst mal ins Gefängnis bringen Gefängnis ist links rüber sooo hoho ja links rechts eee heie diese schöne polizei auto so äh ich muss die unten hindringen gell yes So, hier rein, das weiß ich Yes, da kommt er mit Na ja dann, welche Zelle haben wir frei, die erste Die anderen Zellen sind VIP Zellen, höhöh So Ähm, gehen zurück, ja, jetzt ist es, ok Jetzt können wir blitzlichtige Witte auch mal wieder ausmachen Und dann fahren wir zurück auf den Highway Street Race ist aber jetzt nicht erinnert und wir haben das richtige Auto dafür Der ist auch über Rot gefahren, aber Prioritäten, Leute So R-Unit, gibt's die noch? Seit wann gibt's keine R-Units mehr Ich kann mal davon einen sagen Ah, der hat mich nicht als Pursuit anerkannt Und so verfolgen wir Ja, ja Wie soll man da bitte noch hinten dranbleiben Spott, wie über dem Bürgersteig gefahren würde ich das nennen Also ich glaube nicht, dass so die Polizei jemand verfolgt, aber Es ist immer noch GTA Hey, wir bekommen eine R-Unit Hey, wir bekommen die, wir brauchen die Wir brauchen die Ich glaube nicht, wir brauchen einen Wurf zu Wir brauchen die Wir brauchen die Wir brauchen die Wir brauchen Wir brauchen die Ey jetzt, jetzt hat er Das ist gelieft. Oh, hey, wir sind kein Unterhaltschmuck. Das ist gelieft. Das ist gelieft! Das ist gelieft! das ist gelieft! Das ist gelieft! Der Mann ist gleich auf dem Fall! Dann wird die Menschen nicht gelieft! Das ist gelieft! Das ist gelieft! Das ist gelieft! Das ist gelieft! Nein, jetzt schauen wir mal eine Sekunde nicht nach vorne, weil ich das ausflammeln wollte Die kümmern sich um den, dann fahre ich jetzt nämlich direkt zum anderen Wow, den habe ich echt nicht gesehen Also Na Voll in die Mauer rein Wie konnte der den entflüchten, die hatten den doch Ah, das hat mich nicht gesehen Ah, das hat mich nicht gesehen Hier drin wird man nicht so geblendet, ich hab's ja immer noch meine Teile, die mich richtig blenden Aber, ähm, wenigstens nicht, ähm, das ganze Blitzlichtgewitter Alle Tudes, alle Tudes, spiel mit mir in der Verfolgungsjagd Oh gut, gib mal Gas, mein Bruder hat mir nämlich gerade sein Geburtstagsgeschenk bekommen Es ist eine richtig große Box zum Hören, also Musik hören Das ganze Zimmer wackelt Ah, äh, ah, ich dachte, ich dachte, weißt du so, äh, ne Stereo, also nicht eine Stereo, es ist eigentlich nur eine einzelne Box, so Nur ein Subwoofer, ne, oder? Ne, also schon alles, aber Ja, wie cool Nehmen wir auch mit dem Camping und so Nice Nice That's driving skills though Ja, ich, ich hemm einfach gerade ein Magazin nach dem anderen, das Auto rein Hallo? Hallo? Cool Cool . . . . ... und so muss das sein der hat den da kümmere ich mich hinten ums auto dass das abgeschleppt wird muss ich nicht alles seine ordnung haben und was hat sich da verabschiedet hat man lang nicht mehr das können wir aber sehr schnell fixen habe ich gelernt und dann machen wir das da auch direkt und dann können wir das einfach einfach so weitermachen als wäre etwas geschieht ich bin einfach ein cleverer buch das finde ich immer noch komisch dass er abgeschützt ist weil es jetzt echt lange nicht mehr abgestürzt aber na gut na gut da kannst du nichts machen da guckst du nur zu wenn überhaupt uns auto dürften auch mal reparieren da dürfte man sich auch machen ab und zu warum haben wir schon wieder ein illegal street race das ist doch eintönig hey oh die kommen mir entgegen ähm direkt ähm die sind die sind die sind die sind die sind Das ist nicht so schade! Geh in! Geh in! Du bist tot! Wo denkst du? Du gehst nicht woher! Geh in! Geh in! Wo werden sie gehen? Die dumme Scheine ist weg! Ich sage, die dumme Scheine ist weg! Ich muss den fahren! Ah, ich muss den fahren! What? Warum schießt du auf den? Was ist das? Oh! 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 Also der Polizist hinterher hat aber auch eine sehr rabiate Fahrweise muss ich sagen! Der hier auch! Oh! Jetzt kurz weil eine Transporteinheit für dich! Für dich will ich einen Toad Truck haben! Und... Und... Für ihn hier... Will ich auch einen Toad Truck haben! Und dann... Dann stelle ich mal mein... ...polizei... ...fahrzeug... ...seitenstreifen! Dass hier die einzelnen... ...fahrzeuge durchkommen! Dann räume ich noch kurz hier... ...das Auto! Ja ist ja gut! Ja ist ja gut! Ich stelle es einfach hier ab! So und da hinten habe ich jetzt noch irgendwo ein Auto gesehen! Jawoll! Der... Naja... Die wurden abgeschleppt... Ah da sitzt einer drin! Ah noch besser! Ideal! So ich wäre jetzt nur froh wenn jetzt meine Transporteinheit... Was ist da meine Transporteinheit denn? Nee! Nee! Das war jetzt nicht meine Einheit! Muss ich noch eine bestellen? Komm ich bestell noch eine! Ich dachte ich hätte eine bestellt! In Los Santos International Airport... ...units Respond Code 2... ...units Respond Code 2... ...aber wirklich! Was ist da... Hä? Und jetzt kommt immer noch keine Transporteinheit! Hast du alles kaputt gemacht Minion? Natürlich schien ich die Leute aber nicht froh Minion! Ah da ist die Einheit! Sooo... Und mit diesem beendeten Einsatz... ...nehme ich mir die Freiheit... ...und verabschiede mich von euch... ...und hoffentlich... Ui nö da lagen wie seid ihr alle! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Ah tschüss alle Leute! Macht es gut! Tschüss meine Leute! Tschüss! Tschüss! Tschüss meine Leute! Tschüss meine Leute! Mädchen! Tah Mein As